Weiß ich nicht, hat mich damals schon verwundert, warum hier so Riesenschlangen sind. Oder später werden auch noch so riesige Dämonen auftauchen, die wir aber auch nicht bekämpfen. Von daher weiß ich das auch nicht, ob die nochmal was zu sagen haben. Das werden bald alles erfahren. Was noch kommt, keine Ahnung. Ich hab ja die Diablo 3 Info-Ecke. Die ist jetzt auch nicht voll mit Neuigkeiten, aber das sind immerhin elf Folgen, auch mit eventuell was in der Zukunft noch so passieren mag. Aber im Grunde genommen nichts großartig Neues. Außerhalb dessen, was ich euch hier im LP schon erzählt habe, das müsst ihr euch nur angucken, wenn ihr Langeweile habt. Also müsst ihr nicht, könnt ihr halt, ne? Ja. Wie gesagt, die Geschichte, die Kalan aufgeschrieben hat über die Begebenheiten um den Toten, beziehungsweise der, der getötet wurde von Lucian Achilios, der sie begleitet hatte und als Toder wieder auferstanden wurde und nie Ruhe fand. Aber später halt wiederbelebt wurde, tatsächlich. Und Serentia, die erst mit Nollysian verknallt war und sich dann an Achilios klammerte. Sicher ist das eine Falle, aber sollte uns das aufhalten? Warum sollte Etas den ganzen Weg hierher zurücklegen, nur um zu sterben? Der Tod kommt da, wo es ihm gefällt. Mir würde das gefallen, wenn er überhaupt nicht kommt. Mir auch, mir auch. Aber naja, das gehört alles zum Kreislauf dazu. Eure Kraft lässt euch im Stich. Und in Seram, wem solche Details nützen, es gab in Seram eine Gaststätte namens Boaz Head. Ich wurde geheilt. Ich habe hier gerade im Nerven ein Knie der beklopft. Ah, so. Ich hasse das, wenn Nerven so einpennen. Ekelhaftes Gefühl. Die lassen aber auch nicht zwei Sekunden mal in Ruhe hier, ne? Unglaublich. Naja, auf jeden Fall. Es gab ganz viele Geschichten. Die Geschichte um Uldysian ist auf tausend Seiten ohne Scherz nicht niederzuschreiben. Sind mehr. Aber es ist ja auch nicht so von Bedeutung durch welche Ortschaft die zogen und welche Intrigen die hatten. Also, sie haben Lucian jedenfalls vernichtet. Inarius wurde an die Höllen übergeben. Wer weiß, was aus dem heute geworden ist. Lilith wurde in das ewige Nichts verbannt. Uldysian hat sich geopfert. Calan bestand weiter, wo auch immer sein Weg hinführte. Und ob er noch lebt, wer weiß. Die Mächte sind da oben. Schwer einzuschätzen. Und alle anderen verloren ihr Gedächtnis. Viele weitere sind im Kampf gestorben. Die wichtigsten Punkte der Geschichte habe ich euch genannt. Dass ihr halt wisst, wer Uldysian Uldium etwa. Denn das ist wirklich einer der wichtigsten Charaktere in der Geschichte von Sanctuario. Jetzt habe ich euch die auch mal erzählt, die Geschichte, ne also. Und dabei habe ich meinen Hunger sogar schon wieder ein bisschen vergessen. Das liegt aber auch an dem Koffein, das ich zu mir genommen habe, schrägstrich teilweise noch einen Stuck trinke, immer wieder. Durchmachen werde ich nicht. Ich kann ja nach sowas auch super pennen, ne. Und das sehe ich auch gar nicht ein. Jetzt noch großartig durchzumachen. Ich gehe jetzt auch noch zu Meckes und habe das sogar noch ein bisschen Bock zu lesen. Aber Meckes ist halt um die Ecke, ne. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich gleich nach Zähneputzen ab ins Bett und so. Jetzt haben wir sie aber auch gleich. Ich glaube nicht, dass ich den Akt noch komplett durchmachen werde. Einfach weil das hier halt teilweise echt so große Gebiete sind und ich langsam auch, wie gesagt, noch ein bisschen was futtern, entspannen und dann ab ins Bett. Mal gucken, wie lange die aufhaben. Die bis... Ah. Die bis eins aufhaben, muss ich mich ja sogar ranhalten. Bis drei aufhaben, dann nicht. Aber immerhin weiß ich, dass es zu größten Not, äh, hat hier... Dings hat offen. Wie heißt der Laden noch? Mr. Chicken, genau. Der schmeckt zwar nicht ganz so lecker, aber ist durchaus in Ordnung. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Na, dann rein da. Seid ihr sicher, dass es nicht Zeit ist, zurück nach Chaldeum zu gehen? Nein. Miese Peter. Puh. Hier sind aber auch viele, ne? Der Kampf ist vorüber. Dann bist du aber ein bisschen blind. Hier sind noch genug Viecher. Ich finde diese, äh, Bauweise hier übrigens sehr hübsch, muss ich sagen. Die finde ich ganz cool gemacht. Oder nicht? Muss jeder selbst wissen. Warum ich so oft sage, dass es jeder selbst wissen muss und dass es ja nur meine Meinung ist, was ich sage, das mache ich vorsorglich, weil ich nicht möchte, dass Leute sich dauernd angegriffen fühlen. Sicher, die, denen, die ich nicht, denen, denen ich nicht passe, die können natürlich auch wegschalten, aber, äh, ich möchte auch wenig emotionalen Druck hier entstehen lassen. Und da ich weiß, dass es halt genug Leute gibt, die alles gleich ernst nehmen und persönlich nehmen und glauben, ich möchte denen meinen Willen aufzwingen, nur wenn ich meine eigene Meinung sage, weil die halt eine eigene Meinung als Luxus betrachten, äh, deswegen gehe ich schon vorsorglich da so ein bisschen in die Defensive, ne? Das ist ja auch nichts, was mich jetzt unheimlich stören würde, das mache ich dann nur nebenbei, dass ich darauf hinweise. So ist das. So ist das. So ist das. Weil, ich weiß ja trotzdem, ob ich müde bin oder nicht. Auch wenn Koffein natürlich die körperliche Wirkung hat, dass ich müde, dass ich nicht müde bin, sagt mir meine Seele weiterhin, äh, du bist lange genug am Stück wach und, äh, du könntest mal langsam, also wirklich ein bisschen was futtern, aber ich gehe nicht hungrig ins Bett. Oder ich verkneife es mir wirklich, lege es noch ein bisschen und nasche echt nur noch so ein bisschen, so zwei, drei Scheiben Salami und Käse jeweils und einfach um was im Magen zu haben und lege mich dann wirklich einfach schon hin. Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Das mache ich spontan. Ist doch gut. Wobei, da ist ja auch schon wieder, ne? Naja, ich sage da mal nichts zu, dass wir gerade viel besser sind oder so. Ich lasse ihn mal in seiner Illusion. Das, äh, fügt uns ja keinen Schaden zu, in seiner Illusion zu lassen. Ihm wird es aber Schaden zufügen. Würden wir das, äh, ne? Würden wir in seiner Träume entreißen. Na gut. So, wo ist jetzt der Schatzgoblin? Den habe ich doch gerade gehört. Dass sie immer so wegrennen und dass sie dann nur über einen halben Bildschirm verschwinden. Vor allen Dingen, wir machen nicht mal so eben diese anderthalb Millionen Lebenspunkte hier jetzt mittlerweile bald. Dass man an, wo er langrennt. Da dürfen wir gleich alles zurückrennen, weil er hier den Scheiß verliert. Ich hasse ihn. Also natürlich auch, das ist ja die Schwierigkeit halt an Schatzgoblins. Aber das ist auch das Nervige. Jetzt dürfen wir hier alle nochmal zurückrennen. So, ein bisschen haben wir wieder was eingesammelt. Cool, was ist mit dir los? Du bist so still geworden. Der hat doch manchmal seine Allüren, dass er uns da alles mögliche erzählen muss. So ist das. Was haltet ihr denn von der Geschichte von Uldysian und Dio mit? Und ich bin mal sehr gespannt, was überhaupt Tragul ist, wenn man ihn fragt. Wie gesagt, seine Antwort ist, ich weiß selbst nicht, was ich bin. Und das gibt wohl auch nur mich. Aber er weiß, dass er, sage ich mal, das Gleichgewicht ist. Und dass das Gleichgewicht sein Ziel ist. Und dass er das wahren möchte. Darum hat er Uldysian und Kalan damals ja auch unterstützt. Weil er wusste, dass nur sie in der Lage waren, die Übernahme durch Dämonen oder Engel abzuwenden. Und dass die beiden halt das Gleichgewicht so stören. Ich bin noch nicht wieder bereit. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travenzal durchsickerte und die Zagaron-Priester korrumpierte. Ist bekannt. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung. Aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt. Verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Ja, aber die haben noch nichts gemacht. Wir haben Kulls Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer. Zum Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der Nächste. Es war töricht, etwas anderes zu machen. Als der Letzte. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. Tja, Mensch. Nee, aber wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn Tragul hier in die Geschichte mit eingebunden werden würde. Und vor allem, wenn man sich die Beschreibung von Tragul anhört, wäre es mega cool, wenn Tragul in einer Cinematic auftauchen würde, in so einer Zwischensequenz. Weil dafür wäre das ja mal mega episch. Eure Schwächen sind offenbar. Weil im ganzen Spiel wurde Tragul bisher zwar mal als Gegenstand genannt, entwickeltes Tragul. Aber er kam noch nie als NPC vor oder überhaupt als geschichtliches Dokument oder so. Tragul kam mir noch nie vor. Aber er ist halt ein unheimlich wichtiger NPC oder kann halt dazu werden. Das finde ich zumindest. Tötet diese Dinger, bevor sie mir, äh, uns zuleibeln. Welche Dinger? Ich hab sie doch schon, äh, sind schon lange weg. Puh, Daibo. Findet die Archive, das sollte und cool in den trostlosen Sand. Das machen wir gleich. Ich sag ja, wir werden mit dem Kerl noch viel Spaß haben. Die Quests dauern mit ihm echt sehr lange. Aber das sind immer so große, verwinkelte Gebiete. Und als jemand, der dann alles mitnimmt und nicht einfach so, so lange so ein bisschen rumrennen, bis er halt alles hat, was er braucht, ne? Für so jemanden ist halt natürlich eine sehr lange Quest, tatsächlich. Würden auch gar nicht alle Dokumente mitbekommen, glaube ich mal. So, jetzt sind aber der schwarze Seelenstein, also wir haben das mit dem Blut und, äh, Sand und so abgeschlossen. Der schwarze Seelenstein beginnt jetzt, den müssen wir finden. Mhm. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horat Rimtalrascher gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad-Limpens. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Ai. Das, äh, habe ich ja schon mal erwähnt. Mittlerweile gibt es gar nicht mal so viele Geschichten, die ihr noch nicht kennt. So, jetzt haben wir hier aber alles abgesucht, in der Tat. Oh, hier ist schon wieder was stärkeres und dann auch noch mit, mit Sockel. Goyle. Dann gucke ich gleich nochmal nach. Wenn ich den Edelstein einsetze, werde ich gucken, wie liegt denn so unsere Kritische Treffer schon so bei 10%. Gut, langsam lohnt sich das tatsächlich. Langsam lohnt es sich. Jetzt aber auch gleich wieder voll, tatsächlich. Gut, dass wir hier das Gebiet jetzt so weit durch haben. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Ja, da können wir jetzt hin. meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Wie er sich immer freut, ne? Aber es ist ja schön, dass er sich freut. Oh, wen haben wir denn da? So, oder hatten. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Hm. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan. Was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Na, dann ist doch gut. Dann wird der Herr der Lügen besiegt sein, sobald wir den schwarzen Seelenstein haben. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den Euren. Habt ihr Belials Identität aufdecken können? Ja, doch wir müssen sehr vorsichtig sein. Er hat eure Krampen beobachtet und wird langsam nervös. Wir konzentrieren euch auf den Seelenstein und danach können wir uns um Belial kümmern. Nun gut. Menno. Komme ich hier wieder gegen. Nehmt die Fioren, die ihr gefunden habt und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hierbleiben und das Ritual vorbereiten. Seid vorsichtig. Okay, dann bereite du das Ritual vor. Hui. So, nun ist aber hier genug Koffein im Körper. Ich trinke gerade mal Wasser. Weil ich merkte eben schon, dass das nicht unbedingt nur meine Nerven sind. Die kribbeln, sondern eingeschlafene Gliedmaßen because of Minderdurchblutung, because of leichte Dehydratation, because of zu viel Koffein, zu wenig trinken. Das wollen wir doch beheben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass frische Leichen unseren Weg zu Pflastern scheinen? Ja. Zu solchen Dingen lasse ich mich nicht entmutigen. Ja, ich hab's gemerkt. Hm. Tja, Lea ist halt Imbar, wa? Hm. Warum habt ihr euch entschieden, nach Tristram zu kommen? Wisst ihr, das hab ich mich auch gefragt. Es war Miras Idee. Ich frage mich, ob sie etwas gesehen hat und wusste, dass ich hier sein sollte, um euch zu helfen. Ob sie wohl die ganze Zeit wusste, was passiert ist? Das wissen wir ziehen ja häufig. Unser Leben auf dieser Welt ist kurz und vergänglich. Ihr habt gemeinsam viele gute Jahre verbracht. Verschwendet eure Zeit nicht mit Bedauern. Danke. Ich möchte kurz allein sein. Du möchtest immer allein sein, aber ein bisschen nachdenken kannst du ja ruhig in aller Ruhe. Ich habe ein paar neue Waren. Hier, wörtchen sie euch mal an. Mir gefällt nicht, was Soltun Kull mit euch anstellen wird. Ich habe euch doch gesagt, dass man ihm nicht vertrauen kann. Also, heraus damit. Was wird Soltun Kull mir antun? Ich habe zum einen mal die Zukunft verändert, um jemanden zu retten. Ich habe damit drei weitere Tode verursacht. Ich habe euch alles gesagt, was ich sagen kann. Das verspreche ich euch. Hm. Erzählt mir von einer Begebenheit, bei der ihr die Zukunft beeinflusst habt. Ich kannte einmal eine junge Frau, die mit dunkler Magie experimentiert hatte. Als ich in ihrer Zukunft einen Dämon-Sitzung ergreifen würde, flehte sie mich um Hilfe an. Da die Verderbnis bereits an ihr haftete, hätte ein simples Einstellen ihrer Experimente nichts bewirkt. Also fertigte ich einen Schutztalisman für sie an. Unglücklicherweise hatte sich der Dämon bereits aus der Hölle losgerissen. Als er von ihr nicht Besitz ergreifen konnte, fuhr er stattdessen in ihren Vater. Der besessene Vater tötete Mutter und Schwester der jungen Frau. Und als der Dämon den Vater erblicken ließ, was er getan hatte, nahm dieser sich selbst das Leben. Das Letzte, was ich von ihr hörte, war, dass er in ein Irrenhaus gesteckt wurde. Solch eine Tragödie. Hm. Ja, es ist manchmal alles nicht so leicht, ne? Hm. Ich habe weiter darüber nachgedacht, was mir fehlt. Und? Unsere Reise scheint mir den Juklara zu machen. Es ist schwer zu erklären. Vielleicht fällt euch mehr ein mit der Zeit. Ja. Der Zauber, der mich in diese Zeit schickte, war an den Propheten gebunden. Nun ist er verschwunden und auch ich fühle mich unvollständig. Als wären Teile von mir verloren im Fluss der Zeit. Solche Dinge verschwinden nicht lange. Ihr werdet sie wiederfinden. Ja, aber es wird ein Weilchen dauern. Mein Geschick ist nicht so groß wie das des Propheten. Ach ja. Wie gesagt, der Prophet, das war Inarius damals. Ich bin bereit, diese Schlüsselwörter zu lesen. Ich werde umblättern. Wie seltsam. Das sind ganz einfache Wörter. Wörter, die ich noch nie in einem Zusammenhang. Ich kann alles sehen. Wasser auf einem Blatt. Eine brennende Hütte. Licht in den Augen meiner Mutter. Es soll aufhören. Ich, ich, es wird langsamer. Ich kann, oh nein. Nein! Ich war ein junger Mann. Ein vielversprechender Soldat der Westmark. Der Orden hat mich rekrutiert. Sie haben mich belogen. mir falsche Sünden aufgeladen. Warum glaubt ihr, haben sie das getan? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass sich Yonda deshalb vom Orden abgewandt hat. Er war ein Narr. Der Großmeister weiß mit Sicherheit nicht, was seine Inquisitoren getan haben. Wenn ich mit den Folianten zurückkehre, wird er sie für ihre Sünden bestrafen. Wer bitte? Ich muss über das alles nachdenken. Das ist natürlich wieder einiges, was hier passiert ist, ne? Aber ich werde tatsächlich, äh, darauf achten, weniger Koffein zu mir zu nehmen. Hab heute gemerkt, wie ich mittlerweile doch dafür sensibilisiert bin, durch diese Zeit, in der ich das sehr viel genommen habe. Dass ich davon nicht so viel vertrage, wie mir schmeckt. Aber naja. Ich will auch nicht wehleidig sein. Ich weiß ja, was los ist und dass morgen wieder alles in Ordnung ist. So. Erstmal Smaragd. Das kostet wieder Geld. Aber naja. Dadurch können wir jetzt von 9,4 auf 10,2. Das ist natürlich wieder ein ordentlicher Sprung. So, das ist hier. Damit sind wir doch wieder ein Eck stärker. Du willst uns gerade nichts sagen. Was ist denn hier unten los? Hm. Ich hasse ihn. Was hat er denn jetzt gesagt? Ich hab's zum zweiten Mal nicht mitgekriegt. Wenn das euch interessiert, könnt ihr ja auch kurz auf Pause machen. Wenn das schnell genug seid, seht ihr ja zumindest die Sprechblase. Das ist dämlich platziert. Lugo, der Bergmann. Mir ist es wichtig, die Story mitzukriegen. Ich glaub, das sollte ich mal irgendwie einem Blizzard melden, ob die das nicht ändern wollen können. Ich muss der Wahrheit ins Auge sehen. Der Kaiser wird die Tore nicht mehr öffnen lassen, nicht wahr? Der arme Junge ist wahnsinnig geworden. Das schmerzt mich sehr, meine Dame. Ich hatte große Hoffnungen für ihn. Was soll ich nur tun? Ich sitze hier fest. Ich auch, meine Dame. Ich auch. Ich höre, der Kaiser wird von seinen eigenen Wachen gefangen gehalten. Könnte das wahr sein? Warum seht ihr euch nicht mal den Anstreuen ab? Wie halten wir? Hm? Hm. Ach ja. Ich weiß nicht, warum hier alle so glücklich sind. Der Kaiser sitzt uns immer noch im Nacken. Aber wir haben zu essen und zu trinken. Und niemand bringt einen im Schönen. darf um. Sogar du musst noch zugeben, dass sie es besser ist. Ich gebe überhaupt nichts zu. Solange dieser kleine Tyrann, der das Sagen hat, ist diese Stadt verloren. Solange Belia noch am Leben ist, meinst du? Ich weiß, was du meinst. Ich kämpfe jeden Tag ums Überleben. Es fühlt sich hier schon fast normal an. Ach ja. Ja, du Nervensack, du. Schneidest ihm hier unten immer das Wort ab. Du erzählst mir immer das Gleiche, der da unten nicht. Unglaublich. Warum begreifen die Leute nicht, dass das Ende der Tyrannei endlich gekommen ist? Trotz allem werde ich das Gefühl nicht los, dass irgendetwas Furchtbares passieren wird. Hm. Die kaiserliche Wache hat sich übernommen. Die Hand der Gerechtigkeit hält sie an jeder Ecke auf. Sand und Ärger. Ich muss davon wegkommen. Vielleicht sollte ich nach Tristram ziehen. Da soll es friedlich und grün sein. Mittlerweile, ja. Weil wir da aufgeräumt haben. Ah. Ah. Ach ja. Schwarzmaler. Bisschen schon, ne? Ich glaube, ich habe mich in Bezug auf das Juwel, das ich suche, geirrt. Es ist auch nicht in diesem Land. Was für eine Schande. Warum sucht ihr dieses verfluchte Juwel? Weil es tausende getötet hat. Und weil ich der einzige bin, der es besitzen kann, ohne Schaden zu nehmen. Das ist töricht von euch. Glaubt ihr, dass ihr es berühren könnt, weil ihr behauptet, ein Gott zu sein? Nein. Weil es mir schon alles genommen hat, was von Bedeutung ist. Das könnte auch noch interessant werden. Ich habe jetzt schon lang genug ohne würziges Rindfleisch und nachwürzigeren Wein durchgehalten. Ja. Das ist auch wichtig. Naja. Bestimmt ja jeder selbst, wa? So, nun haben wir aber wirklich langsam genug von allen gehört, oder? Ich würde erstmal die Aufnahme hier beenden. Und mir erst nochmal zu futtern holen. Wahrscheinlich. Meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard wieder. Ich mache jetzt erstmal hier das Spiel verlassen. Wir sehen mittlerweile wieder etwas anders aus. Wir haben ja ein paar Mal unser Equipment gewechselt. Ich habe mal kurz gucken können. Naja, egal. Etappe 1, Fortschritt ansehen. Da kann ich ja noch nicht gucken. Aber wir haben ja schon Erfolge aus anderen Etappen errungen. Das weiß ich ja. Hier fehlt es noch 2. 5 Kopfgirr und Nähfall im Portal. Tja. Mit anderen Worten, benutzt er einmal den Abenteuermodus, wie es sich gehört, ne? Aber wie gesagt, wir haben aus anderen Etappen ja auch schon was geleistet. Sonst werden da nicht so viele Erfolge aufgeploppt. Wir gehen einfach schneller voran, als es sich normal verhält, ne? Ja, habe ich euch zu viel versprochen? Die Story ist doch gar nicht so kurz, wa? Naja, wie gesagt, bis zur Endcard. Ja, Mensch. Das hat doch gut funktioniert eigentlich mit dem Schnitt, ne? Dass ich jetzt hier eine normale Folge rausgekriegt habe. Ja, dann können wir jetzt endlich mal in den Archiven von Sollton Kull rumwuseln. Ab morgen dann. Wie gesagt, ich habe ja gemeint, dass diese Quest uns sehr lange begleitet und so ist es ja nun auch. Ich habe gerade noch S geguckt. Ja, ist ganz cool. Ich bin halt irgendwie Härteres gewohnt. Die aktuellen Filme, die aktuellen Horrorfilme, die sind ein bisschen, die Atmosphäre ist ein bisschen subtiler und die Jumpscares sind ein bisschen überraschender und ein bisschen kräftiger mit, äh, ja, musikalisch untermalt, als es damals der Fall war. Aber für die damalige Zeit, was weiß ich, wann das rauskam, Anfang der 80er, war das natürlich schon echt gut, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Joa. Langsam wird das Projekt, das Programm, das schafft nicht mehr als sechs Stunden Projekt am Stück und ich bin jetzt bei dreieinhalb Stunden. Äh. Also hier sind jetzt gerade dreieinhalb Stunden, aber ich merke, dass das ganze Projekt, äh, ich schiebe das ja jedes Mal nach hinten, weil ich einmal einen Cut setze und dann ziehe ich es auseinander, um da die Endcard reinzusetzen. Und jetzt bin ich hinten schon bei 5 Stunden 40. Also ich habe jetzt die nächste Aufnahme hier auch noch gleich mit drin im Programm, die ich gestern aufgenommen habe. Ja, so ist das. Immer fleißig, wa? Ja. Na gut. Ich habe eben gerade ein bisschen Hering gegessen. Ne, Forelle war es. Forelle. Ist ganz lecker. Ich habe noch nicht bewusst Forelle gegessen bisher. Immer nur Lachs. Wenn es um Fisch ging. Und jetzt habe ich mal Brokoli warm gemacht. Man muss ja ein bisschen kontrastmäßig was Gesundes haben. Auch wenn Fisch ja allgemein nicht... Das erinnert mich gerade an etwas, was ich noch tun möchte. Aber ich erinnere mich sowieso dauernd an tausend Dinge, die ich noch tun möchte. Aber so lange... Warum soll man sich hetzen oder To-Do-Listen machen? Solange man im Flow bleibt und nicht einfach lethargisch in der Ecke rumliegt, liegt, ist es nie verkehrt, was man tut, ne? So finde ich das zumindest. Ach ja. Ich wollte eigentlich noch was erzählen, aber ich glaube, nein, das mache ich lieber im LP, weil das ist wieder... Oder ich mache es in der nächsten Endkarte. Erzähle ich euch mal bei mir im Kurs. Ich bin ja in der Maßnahme vom Amt und da sind so Dozenten und Krempel und da gibt es gewisse Problematiken mit einem der Dozenten. Und das werde ich euch bei einer nächsten Endkarte erzählen. Gut. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in den Archiven wieder und bis dahin Tödelö.